Willkommen auf Unboxing Saatogs, dem Unboxing Kanal für Anime und, naja, nur für Anime. Ja, hier geht's schon los mit Kill la Kill Volume 3, mit Satzke Quillen auf dem Cover. Mal sehen, ob wir das einigermaßen gut abbekommen. Kann man ja nicht einfach mal so von der Seite reinritzen. So, also man kann schon von der Seite reinritzen, das ist noch nicht gut. Da haben wir's, das dritte Volume, das heißt noch zwei Monate, dann ist die Serie fertig mit deutscher Synchronisation. Nicht weiter drin und das ist schon das Inlay. Und hier haben wir die dritte Scheibe. So. Und hier im Hintergrund stehen auch wieder die Episodentitel, erkennt man jetzt bestimmt ein bisschen schlecht, aber naja. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.